Hodenhagen, Niedersachsen, wer hat es denn da auf Amira Pocher, 30, abgesehen? Die TV-Moderatorin ist mit einer unverhofften Kussattacke völlig überrumpelt worden. Ihr Göttergatte Olli, 45, hielt mit der Kamera drauf und amüsierte sich köstlich. Allen Meldungen über ihre Ehekrise zum Trotz ist das Promi-Paar jüngst zusammen bis nach Niedersachsen gereist, um den Serengeti-Park Hodenhagen zu besuchen. Dabei war der auffällige Name der 3000-Seelen-Gemeinde längst nicht der einzige, der bei Olli für Amüsema sorgte. So führte der Weg des Comedians, der neben Amira offenbar auch die gemeinsamen zwei Söhne im Schlepptau hatte, zunächst zu den Giraffen. Im Versuch, die Tiere mit den langen Hälsen anzulocken, konnte sich Olli einen kleinen Spaß nicht verkneifen. Arjana, Beate, Claudi, kommt ihr bitte, äffte der Komiker den markanten Sing-Sang einer bekannten TV-Persönlichkeit nach. Hört sich an, als wenn man die Wollnys zum Essen ruft, mokierte sich der Fünffachvater über die bekannte Großfamilie mit den ausgefallenen Rufnamen. Abseits der Kamera wurde Amira plötzlich ganz aufgeregt, als sich eine der Giraffen näherte. Jetzt, jetzt, sie kommt! Freute sie sich My Mom, Jodette-Moderatorin und ahnte zu diesem Zeitpunkt nicht, wie nah sie der gemusterten Vierbeinerrin kurz darauf wirklich noch kommen würde. Giraffe überrascht Amira Pocher mit Knutsch-Offensive, Olli hält die Kamera drauf. So konnten die Pochers die tierischen Parkbewohner nicht nur aus sicherer Distanz bestaunen, sondern auch ganz schön auf Tuchfühlung mit ihnen gehen, indem sie die Giraffen direkt aus der Hand mit Esten fütterten. Amira versuchte es dabei mit einer ganz eigenen Übergabemethode und steckte sich einen der Zweige kurzer Hand zwischen die Zähne, dann passierte es. Glücklicherweise hielt Olli genau in dem Moment mit der Kamera drauf, als eine der Giraffen ihre lange Zunge ausstreckte und damit den Zweig buchstäblich aus Amiras Mund angelte. Ua! schreckte die Comedien-Gattin im ersten Moment zurück. Eine Sekunde später brach sie über die ungewöhnliche Kussattacke, die wohl eher Amiras Wange als ihre Lippen getroffen haben dürfte, in Gelächter aus, die hat mich abgeschleckt. Olli quittierte die Knutsch-Offensive lediglich mit zwei Kuss-Amojis und Frotz-Elte, dass die Erwachsenen wohl fast mehr Spaß beim Füttern hätten als ihre Kids. Olli quittierte es. Im letzten Jahr Im letzten Jahr Im letzten Jahr Im letzten Jahr ... Untertitelung des ZDF, 2020